Hallo, mein Name ist Julia und ich stelle euch heute die Musikstunde vor. Zu mir kommen die Kinder zwischen vier und circa sieben Jahren, einmal die Woche in die Musikschule. Wir lernen Musik wie eine Sprache und das bedeutet, dass es erstmal ganz viel um das Hören und Erleben von Musik geht. Ich singe und musiziere viel für die Kinder und wenn sie dann Lust haben, dann singen sie auch schon ganz bald mit. All das ist immer mit ganz viel Bewegung und mit ganz viel Freude verbunden, sodass die Kinder die Musik von Anfang an ganzheitlich erleben können. Im letzten Jahr, wenn die Kinder alt genug sind, dann schauen wir uns auch gemeinsam die Instrumente an. Wir gehen durch das Haus, sodass jedes Kind am Schluss sein Instrument, das es gerne lernen möchte, kennengelernt hat. Aufführungen gibt es bei uns keine in diesem Alter. Dafür machen wir Konzerte für Kinder. Schaut doch mal rein. Schaut doch mal rein. Schaut doch mal rein. Vielen Dank.